Ja, schön, dass wir jetzt bei einem neuen Video. Das letzte Video ging um meinen neuen Firmenwagen, den Tesla. Und ich habe euch ja bereits angekündigt, dass ich euch hier auf diese Reise mitnehmen möchte. Ich möchte euch ein bisschen berichten darüber, wie das bei Tesla abläuft. Denn es ist in der Tat so, bei Tesla ist alles anders. Und nicht nur das, sondern ich möchte euch auch mitnehmen, wie das Ganze im Geschäftsleben funktioniert. Wenn Kundentermine sind, wenn man längere Reisen, Geschäftsreisen plant und, und, und. Auch neue Funktionen. Es gibt auch viel Zubehör, für welche, die unterwegs auch schon mal arbeiten. Also ich glaube, für den einen oder anderen kann das spannend sein. Und ich freue mich natürlich auch auf eure Kommentare, Fragen, was auch immer euch interessiert. Stellt es gerne entsprechend in den Kommentaren. Ja, ich habe euch bereits so ein erstes Intro-Video gemacht. Habe euch schon über meine Erfahrungen hier und da schon berichtet. Warum ich mich für den Tesla entschieden habe, könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Beziehungsweise, wenn euch das Video interessiert, hört es euch an, schaut es euch an. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie das mit dem Leasing funktionierte. Mit der Anmeldung und auch der Abholung des Teslas. Anfangen möchte ich mit dem Leasing. Das ist ein Firmenfahrzeug, was geleased ist und das ging genauso unproblematisch wie die Bestellung selbst bei Tesla. Vielleicht das nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe an einem Samstag den Tesla bestellt, bin vor Ort gewesen, bei uns in Köln im Geschäft von Tesla. Und habe noch eine Probefahrt gemacht mit der Familie und dann haben wir den Tesla bestellt. Das hat genau 10 Minuten gedauert. Es gab eine Gebühr, 250 Euro, die musste per Kreditkarte bestellt werden. Das ist Voraussetzung gewesen. Dann wurde der Bestellvorgang quasi initiiert. Wir haben das Auto konfiguriert gemeinsam und dann entsprechend das Leasing auf den Weg gebracht. Jetzt war es an einem Samstag. Da hat keine Bank geöffnet. Und es war noch nicht klar, was jetzt für Unterlagen gefordert wurden von der Bank. Und ich habe das eingereicht, entsprechend das Formular, ganz einfach, ohne BWRs, ohne Bilanzen, was auch immer. Und was soll ich sagen? Der Mitarbeiter von Tesla sagte, kann sein, dass da noch irgendwas nachgefordert wurde. Aber wurde es nicht. Es wurde dem Antrag einfach so stattgegeben. Und das war an dem Montag direkt, also am ersten Werktag quasi nach der Bestellung wurde das entsprechend schon initiiert. Und dann ging es dann weiter. Das war unheimlich kurzweilig und hat wunderbar funktioniert. Alle Unterlagen sind dann angekommen. Ich habe das Auto und da war so der erste, in Anführungszeichen, Schockmoment. Habe ich gedacht, okay, dann freue ich mich mit Wunschkennzeichen und was auch immer. Nee, das läuft bei Tesla anders. Wer einen Tesla haben möchte, muss den Tesla selbst manuell anmelden. Da gibt es keinen Service von Tesla wie bei Autohäusern. Ich glaube, es ist gefühlt über 20 Jahre her, wo ich das dann entsprechend mal selbst gemacht habe. Aber ist ja immer eine Erfahrung wert. Das heißt, man muss sich alles zusammensuchen, Termine bei einer Straßenverkehrsbehörde anmelden. Das ist gar nicht so einfach, je nachdem, wo man wohnt. Und wenn man dann noch entsprechend ein wenig Zeitdruck hat. Denn ich hatte insofern Zeitdruck, dass das Angebot auch mit der Elektroprämie beziehungsweise auch mit dem speziellen Leasingangebot nur bis zum 31.12. gilt. Und auch nur dann, wenn er bis dorthin ausgeliefert wurde. Ich brauche eigentlich mein Auto erst Anfang Februar. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, bei dem Angebot mache ich das jetzt einfach. Und hatte dann ein wenig Zeitdruck, habe beim Straßenverkehrsamt geschaut, habe einen Termin bekommen. Das hat wunderbar funktioniert. Kennzeichen bestellt beziehungsweise Wunschkennzeichen ausgewählt online. Entsprechend bestellt und dann mitgenommen mit allen Unterlagen. Die kamen dann von Tesla. Auch das hat eigentlich reibungslos funktioniert. Außer, dass es da ein Problem bei einem namenhaften Paketdienstleister gab. Es kam nämlich per Express. Und es wurde mir dann bis 9 Uhr sollten die Dokumente zugestellt werden. Das wäre dann der Dienstag gewesen. Und donnerstags hatte ich den Termin beim Straßenverkehrsamt. Und es wurde mir dann irgendwann angezeigt, mittags, dienstags, dass das Paket beziehungsweise der Brief ausgeliefert wurde. Und bin an dem Briefkasten nichts gefunden. Habe mit DHL telefoniert, mit Tesla telefoniert. DHL war entsprechend die zuständige Behörde für mich in dem Fall. Und man wollte den Fahrer kontaktieren, hat ihn erst nicht erreicht. Eine Mitarbeiterin sagte, der hat bestimmt, weil das irgendwie ein Allerweltsname war, das einfach bestätigt, weil er zu spät war, wie auch immer. Irgendwann nachmittags lag dann der Brief mit allen Dokumenten für die Anmeldung bei mir im Briefkasten. Also das hat auch dann schlussendlich geklappt. Mit allen Dokumenten dann vor wenigen Tagen nach Dortmund bin ich gefahren ins Auslieferungscenter. Ich hatte eigentlich Düsseldorf angegeben. Da kam irgendwann der Anruf, dass im Moment keine Auslieferung in Düsseldorf möglich sei. Und habe gedacht, okay, so viel weiter ist es jetzt auch nicht, kein Problem. Und dann kam so ein bisschen Verwirrung. Ich hatte bei der Bestellung angegeben Düsseldorf. Dann kam der Anruf von Tesla. Das hat wunderbar funktioniert. Habe gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe an dem und dem Tag. Und das war auch gut. Und dann kam aber am Tag vor der Auslieferung des Teslas eine SMS, dass sie sich freuen auf die Auslieferung in Düsseldorf. Ich, Tesla angerufen und nee, das wäre ein Fehler. Ich nehme an, das ist dann nicht aktualisiert worden. Und ich bin dann nach Düsseldorf ganz normal mit dem ICE. Habe das Auto abgeholt. Und jetzt kommt die Abholung. Auch die ist anders als bei allen anderen. Ich bin in Düsseldorf angekommen. Hunderte von Teslas standen da in weiß, schwarz. In allen Farben. Und ich dachte so, okay, wo ist denn der Anmeldepoint, um den Tesla abzuholen? Und dann war das so eine Art Baracke, will ich nicht sagen. So Bauarbeiter, will ich auch nicht sagen. Ein bisschen besseres Kastenbüro mitten auf dem Platz. Und schön eingerichtet, keine Frage. Und da waren dann drei, vier Tesla-Mitarbeiter. Ich hatte ein festes Zeitfenster, wenngleich ich ein wenig früher da war. Bin sofort rangekommen. Und dann ging es sowas von schnell. Ich bin aufgenommen worden, habe die Unterlagen, Dokumente abgegeben. Das hat fünf Minuten gedauert. Dann waren alle Dinge entsprechend im Computer. Personalausweis, Führerschein. Nur Personalausweis, Führerschein gar nicht. Dann die entsprechenden Anmeldedokumente, die man mitbringen muss. Und dann bin ich auch schon zum Tesla geführt worden. Mit einem Kollegen, der hat dann eine kurze Einführung gemacht. Hat mir das gezeigt, wie es funktioniert. Und sagte dann irgendwann, setzen Sie sich ins Auto. Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit. Da sind Erklärvideos. Das heißt, er ist mal ganz kurz mit mir. Hat er die wichtigsten Sachen, wie ich mich reinsetze, Kofferraum, ich weiß nicht was. Hat er mir gezeigt. Und dann hat er mich quasi alleine gelassen. Und ich sollte mir die Videos anschauen, die ich im Vorfeld zum Glück schon gesehen hatte. Also sich damit zu beschäftigen, wie das Ganze funktioniert, ist einfach total hilfreich. Hat mir Zeit gespart. Und ich habe dann den Wagen nochmal sehr genau inspiziert. Weil im Vorfeld liest man sehr viel, dass es hier und da auch schon mal zu Mängeln, zu bestimmten Mängeln am Tesla gab. Und ich muss sagen, toi, toi, toi. Ich habe keinen Mängel gefunden. Es gab an einer Stelle an der Rückleuchte, war das Spaltmaß vielleicht ein bisschen anders als auf der anderen Seite. Aber da habe ich den Tesla-Mitarbeiter gefragt und er sagt, das ist einfach im Rahmen. Und wenn es mich stören würde, sollte ich es aufnehmen, dann würde es auch nochmal geändert. Das war das Einzige. Von Kratzern oder sonstigen Dingen, Feuchter, Frank, nichts zu sehen, nichts zu spüren, toi, toi, toi bisher. Und muss sagen, das hat wunderbar funktioniert. Der Tesla war an der Ladesäule. Da habe ich auch Unterschiedliches gehört. Der darf nicht mehr als 50% geladen sein. Er ist bei der Auslieferung 38%, 32%. Ich hatte dann Glück, wie auch immer dann die Regelung ist. Mein Tesla, den ich abgeholt habe, war am Supercharger angebunden und hatte 78% geladen. Das heißt, ich bin locker von Dortmund nach Siegburg gekommen. Knapp 100 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und das hat wunderbar funktioniert. Auch die ersten Meter wunderbar. Ein Fahrgefühl, was man sich nicht vorstellen kann. Und da komme ich auch noch zu, wie das funktioniert mit den Business-Trips, die länger sind, wo auch Ladezyklen dabei sind. Was ist hier sinnvoll? Worauf muss man achten? Es ist nämlich nicht sinnvoll, den Tesla immer vollzuladen. Im Gegenteil, das hat Nachteile. Gerade, wenn ich immer wieder laden möchte. Beziehungsweise ist das Ladeniveau entscheidend, wie schnell ein Akku letztendlich auflädt. Insbesondere auch beim Supercharger. Aber das nehme ich gerne in einem weiteren Video auf. Mir ging es heute mal darum, die ersten Erfahrungen zu berichten. Also vieles war anders. Und insbesondere lief alles über die App. Das heißt, es ist die Kommunikation, die Dokumente. Schritt 1, was ich tun musste, wie ich aufgefordert wurde, etwas zu bezahlen. Die Dokumente sollte ich hochladen, wenn das Fahrzeug im Straßenverkehrsamt angemeldet wurde. Also alles lief über die App. Und die App ist wirklich gut. Damit kann man dann auch den Tesla komplett steuern. Man braucht theoretisch keinen Schlüssel mehr, sondern es geht auch darüber. Und man hat hier die Möglichkeit, alle wichtigen Funktionen entsprechend umzusetzen. Ob zum Beispiel Kofferraum öffnen, schließen oder aber auch eine entsprechende Regelung, wie die Heizung im Tesla vorgewärmt werden soll. Immer zu bestimmten Uhrzeiten. Ob nur in der Woche, am Wochenende oder ganztägig. Beziehungsweise jeden Tag. Also es hat wunderbar gehabt, ob er enteist werden soll vorne, hinten. Das kann man alles im Vorfeld machen lassen. Man muss da nicht mehr großartig kratzen, Eis wegkratzen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das werde ich testen zu gegebener Zeit, wenn es dann irgendwann nochmal schneien sollte. Wir sind jetzt Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Noch ist da nichts in Aussicht. Und auch das ist nochmal ganz wichtig. Die Teslas werden ausschließlich auf Sommerreifen aktuell ausgeliefert. Das war mal anders. Das ist leider nicht mehr so. Das heißt also, jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich über die restlichen Wintermonate noch mit den Reifen komme. Und dann gucke ich mir das mal ein Jahr lang an und schaue, ob ich dann Allwetterreifen aufziehen lasse. Aber jetzt komplett neue Felgen, Winterreifen. Das wäre nochmal 200.000 Euro gewesen. Das kann man sich erstmal schenken. Und ich schaue mir das erstmal an. Auch was Zubehör angeht, da gibt es einiges auch. Wenn man unterwegs ist und vielleicht auch aus dem Tesla heraus arbeiten möchte, wenn man lädt. Da gibt es einiges auch da, komme ich zu späteren Videos gerne nochmal drauf zurück. Also, alles läuft anders ist das Stichwort. Alles mit der App. Die ein oder anderen Geflogenheiten laufen anders. Ich habe mit der Leasingbank unheimlich viel, man kann nur Gutes berichten. Man konnte aus zwölf verschiedenen auswählen. Ich habe die erste einfach genommen. Ich kannte sie alle nicht und das hat wunderbar funktioniert. Also, von daher kann ich da eigentlich nur Positives berichten. Und bin auf eure Fragen gespannt und werde weiter berichten, wenn es etwas zu berichten gibt, was euch auch hier im Bereich des Firmenleasings oder der Nutzung als Geschäftsauto auch interessieren könnte. Sollte das mal tiefer gehend auch in die Technik gehen sollen, wie man das macht, am geschicktesten mit ein paar Kniffen. Auch das mache ich gerne in dem Video. Dann zusätzlich noch schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Dann. Ja.